Was ist die Wohlverhaltensphase? Wenn Sie also mitten im Wohlverhaltensphase stecken und bis auf ein paar Kröten so gut wie all Ihre Einnahmen dem Insolvenzverwalter aushändigen müssen. Nun, dann sollten Sie jetzt ganz genau und aufmerksam zuhören. Denn in diesem Text finden Sie die einzige legale Hintertür, die Ihnen sogar jetzt noch bleibt, um dieser jahrelangen frohen Knechtschaft zu entkommen. Wenn alle Stricke reißen, gehe ich eben einfach in die Insolvenz. Das haben schon so manche Schuldenbarone leichtfertig gedacht und sich anschließend von Herzen gewünscht, sie hätten sich das alles rechtzeitig besser überlegt. Sie auch? Ja? Sieben verfluchte lange Jahre lang so gut wie alle Einnahmen an den Insolvenzverwalter abgeben zu müssen, obwohl die eigenen neuen Geschäfte vielleicht sogar blendend laufen? Das ist grausam, stimmt's? Was aber würden Sie sagen, wenn Sie trotz Wohlverhaltensphase bis zu 70% Ihrer Einnahmen behalten können? Egal wie hoch diese Einnahmen sind. Und zwar ohne Schummelei und krumme Touren, also völlig legal und ohne die inzwischen wirkungslose Auslandsinsolvenz. Was, wenn Sie diesen genialen Clou über dies so einfädeln könnten, dass weder Insolvenzverwalter noch Insolvenzgerichteinwände dagegen erheben könnten? Wenn dieser Dreh also todsicher funktionieren würde? Dieser Traum wird für Sie wahr, mit diesem Buch. Allerdings wirklich nur damit. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Wir sehen uns. Vielen Dank.